Willkommen bei der Testfabrik. In diesem Video erfährst du, welche drei Fußmassagegeräte deine Füße entspannen wie bei einer echten Massage. Unser Qualitätssieger beim Fußmassagegerät-Test ist das Areala Fußmassagegerät. Das Areala Fußmassagegerät gehört zu den beliebtesten Geräten zur Fußmassage und Entspannung. Dies liegt daran, dass eine echte Massage hier sehr gut imitiert wird. Das Gerät kann nämlich wie echte Menschenhände kneten, rollen und kratzen. Aber es kann noch viel mehr, nämlich Luftkompression und heizen. Bei der Luftkompression wird ein Luftkissen aufgeblasen, das deine Füße von allen Seiten sanft umschließt, was einfach ein sehr entspannendes und angenehmes Gefühl ist. Und beim Heizen werden deine Füße aufgewärmt, ideal zur kalten Jahreszeit, in der man mit kalten Füßen nach Hause kommt und sich schnell aufwärmen möchte. Die warmen Füße sind auch sehr hilfreich beim Einschlafen. Beim Kauf sollte man jedoch die Größe dieses Fußmassagegeräts bedenken. Ab etwa Schuhgröße 46 ist das Gerät nämlich etwas zu klein und die Füße passen nicht mehr ganz so gut rein. Das Problem dabei ist auch noch, dass stark geschwollene Füße, denen eine sanfte Massage durchaus helfen könnte, sich nur mühsam reinzwängen müssen. In den meisten Fällen ist das Fußmassagegerät jedoch perfekt und würde dich jeden Tag aufs Neue entspannen. Die Kunden bewerten das Areala Fußmassagegerät mit 4,8 Sternen. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Als Alternative beim Fußmassagegerät-Test empfehlen wir das Pinboxe Fußmassagegerät. Bei diesem Gerät sind 5 unterschiedliche Massagemodi verfügbar, die jeweils mit 3 Intensitätsstufen gewählt werden können. Die dritte Stufe ist bereits sehr intensiv und die meisten werden wohl eher Stufe 2 oder gar 1 nutzen. Die Rezensionen lesen sich sehr merkwürdig, denn dieser Produktling vermutlich zuvor als Haarglättungsgerät verwendet wurde. Auch ist das Deutsch der Produktbeschreibung komisch. Doch das Fußmassagegerät selbst ist sehr gut. Einzig der Preis ist etwas hoch, sodass wir dieses Gerät von Pinboxe nicht auf den ersten Platz nehmen wollten. Die Kunden bewerten das Pinboxe Fußmassagegerät mit 4,5 Sternen. Unser Preis-Leistungssieger beim Fußmassagegerät-Test ist das Areala Fußbad Spa. Während die ersten beiden Geräte ausschließlich trocken verwendet werden können, kombiniert dieses Fußmassagegerät Fußbad und Fußmassage. Die Massagefunktion ist entsprechend deutlich simpler als bei den ersten beiden Geräten und besteht im Wesentlichen aus einer doppelten Massagerolle und Luftblasen, die wie in einem Whirlpool wirken. Dafür genießt man aber die Vorteile des Wassers, was besonders angenehm ist, wenn man die Heizfunktion nutzt und das Wasser bis zu 48 Grad erwärmt. Die gewünschte Temperatur wird anschließend gehalten, sodass man das Wasserbad auch für lange Zeit nutzen kann, zum Beispiel beim Fernsehen gucken. Der rote Punkt in der Mitte ist ein Fußstein, an dem man die eingeweichte Hornhaut abschleifen kann, sodass die Füße ganz weich und gepflegt aus dem Fußbad kommen. Die Kunden bewerten das Areala Fußbad Spa mit 4,7 Sternen. Wenn dir das Video geholfen hat, das perfekte Fußmassagegerät zu finden, würden wir uns über einen Klick auf Daumen hoch freuen. Und vielleicht interessieren dich auch unsere anderen Videos, wie zum Beispiel Relax-Sessel oder Massagesessel. Die Testfabrik wünscht dir viel Spaß bei der Fußmassage.